Hallo, willkommen zum Schloss Saint-Jean-les-Durance. Wir sind von Konstanz der West, der nächste Generation von Weinbauer auf den Weinbauer. Wir befinden uns in Mannersk, der Provence, im Tal der Turrens. Dazwischen den ersten Schilgebieten und den Stränden der Kotbaruas nicht. Bekaterin ist ein der elegantesten Rose von Provence, der in Terracotta Amphora gereift ist. Es ist eine Erinnerung an die Tochter des Grafen Beranger von Provence. Sie würden alle vier Königinnen sein. Wie der Blumenstoff, so ist auch der Rose Liberti. Wie ein frisch geschnittener Strauß Eckenrosen. Wir führen die Weinlese die Bio-Muskat-Rebe an Nacht durch, um den langen Abgang dieser großzügigen und säuerlichen Aromen zu bewahren. Glocken–Glocken Untertitelung des ZDF, 2020